Also, ich bin echter Punk, ja? Ich lebe das. Ich bin jetzt nicht so ein Mode-Fashion-Punk. Rebellion, Rebellion, Anarchie, drei Akkorde. Ich bin echter Punk. Gut. Jetzt werden wir so ein bisschen nach Gourmet-Popcorn. Gibt's das hier? Mit Meersalz und Karamell, sowas irgendwie? Oh, guter Tipp. Haben Sie einen Zehner? Nee. Entschuldigung, können Sie mir helfen, das reinzustecken? Ich habe unglaublich Durst, aber ich habe Angst, mich zu pieksen. Jetzt kann ich es endlich trinken. Ah, Hirnfrost. Hey, if you need to curse my name, curse me, girl. Hi, ich bin Prepper. Könnt ihr mir vielleicht 10 Euro leihen? Würde ich euch direkt nach dem Weltuntergang wiedergeben. Ich habe leider kein Bargeld. Achso, okay. Sonst braucht ihr sonst irgendwas, da kann ich euch auch was geben. Meldet euch, ne? Meldet euch. Äh, Entschuldigung. Meine Tochter Ella ist sechs Jahre alt. Wahnsinnig nerviges Kind unter uns mal gesagt. Auch einen furchtbaren Modegeschmack. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Vogelscheuche immer. Also erinnert Ihrem Vater sehr. Die ist mir manchmal so peinlich. Ich schicke dir mal ein paar Meter vor. Ist die hier gerade bei euch vorbeigekommen? Okay, dann ist die bestimmt hinten. Dann gucke ich da mal. Danke. Erstmal Mittagspause. Ich fahre den ganzen Tag schon rum mit Pizza. Ich muss jetzt auch noch was essen. Ich esse einfach nur die Wurst und sag, dass sie das vergessen haben. Mir ist doch scheißegal. Ich würde schon mal direkt hier, wenn Sie gleich weggehen, schon mal reservieren. Und dann komme ich gleich wieder. Ist ja der beste Platz hier. Ich habe heute meinen ersten Tag als Mariachi. Ich kann überhaupt nicht spielen. Und mein Chef guckt mir gerade zu. Könnt ihr mir vielleicht trotzdem Geld geben und zu tun, als wäre es voll geil gewesen? Hey, kurze Frage. Kennt ihr mich noch aus dem Fernsehen? Oh Mann, das kann ja nicht wahr sein. Da ist man mal einmal zehn Jahre ein bisschen faul und keiner kennt einen mehr. Ist ja nicht eure Schuld. Zehn Jahre war ich in der Grundschule. Okay, okay. Scheiße, ey. Keiner kennt mich mehr. Da. Da, was mache ich? Okay, danke euch, ne? Oh. Echt jetzt? Ich meine, du bist 27. Du kannst auch mal ohne den Teddy rausgehen, oder? Du hast immer den Teddy dabei. Lass den noch mal zu Hause, oder? Mann. Ich bin eine gute Laune, Mann. Ich habe so eine dermaßen gute Laune. Ihr auch? Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich lach so dumm. Aber wenn ich nicht so dämlich lachen würde, dann würde ich ja keine gute Laune kriegen. Und dann wäre ich ja nicht mehr eine gute Laune, Mann. Ja, Bronco. Bronco. Auf Join. Nein, auf Join. Join. Bronco, mein Lieber. Wenn du neue Folgen Comedy Street da gucken willst, das guckst du auf Join. Du guckst nicht auf Eselfilme, auch nicht auf Kino.to, auch nicht auf Saugstube, Torrent oder Rapidshare. Einfach auf Join. Es ist umsonst. Sorry, Alter. Es ist umsonst. Und es ist auch illegal. Es tut mir leid, Bronco. Du musst die Folgen leider umsonst und legal gucken. Auf Join. Danke.